Ho, ho, ho und willkommen beim 12. Dezember hier beim epischen Adventskalender mit Barclay. Und boah, der Weihnachtsmann hat uns wieder eine goldene E-Mail geschrieben und heute steht drin, wir sollen ein episches Haustier-Duell machen. Und dann haben wir uns gefragt, was lieber Weihnachtsmann? Wir haben doch schon ein episches Haustier-Duell am 1. Dezember gemacht. Ja, und daraufhin hat er sechs Stunden später geantwortet, pass mal auf, ich habe keine Idee mehr. Ihr macht jetzt alle Spiele von vorne, aber ihr bekommt dafür immer einen Punkt mehr. Also am 12. Dezember bekommen wir einen Punkt, am 13. Dezember bekommen wir zwei Punkte, am 14. Dezember bekommen wir drei Punkte pro Spiel. Und am 15. kommen wir sogar vier Punkte. Genau, so, und deswegen machen wir die Spiele jetzt nochmal von vorne und ich würde sagen, wir fangen an. Mit einem epischen Haustier-Kammer. Mit einem epischen Haustier-Kampf. Und wir hoffen, dass Fing und Bomberdix jetzt nicht hier irgendwie was komisches machen. So, du hast angenommen. Ich habe angenommen. Wir haben hier die weihnachtlichen Haustiere und heute gibt es einen Punkt. So, Box, was nimmst du für einen Haustier? Äh, ich nehme natürlich den Schneemann. Den Schneemann? Was nimmst du? Ich sage nicht, was du nimmst, äh, was ich nenne. Den Schneemann nimmst du. Drei, zwei. Ja, wir haben verschiedene... Nein, ich habe ein Scheißhaustier. Scheiße. Worum geht das jetzt nicht? Hab ich... Ja, nein. Was habe ich... Warum habe ich jetzt wieder ein Schneemann genommen? Bin ich blöd oder was? Na, alter, das ist ja alles dasselbe. Das ist ja alles schlecht gegen deinen Pet. Der hohe Pfeil nach unten. Egal. Du hast jetzt einen Vorteil, weil ich gefällt habe. Ey. Machen wir nichts. Alter. Machen wir nichts. Bitte macht keinen Sternenring an. Ihr könnt euch sagen, wie ihr wollt. Aber macht bitte keinen Sternenring an. Aber doch, danke dir. Ich hätte jetzt eh verloren hier. Machen wir nochmal. Ich hätte jetzt verloren, Box. Nimmst du an? Warte mal. Hast du schon? Warte mal. Du hast jetzt deine... Ja, okay. Was? Nix. Nimm jetzt eins. Go, go. Drei. Zwei. Eins. Die zacken sich wieder. Gut, ey. Lasst euch doch in Ruhe. Ja. Wieder auf Erd. Nein. Ich muss das wechseln. Ich kann nur das Winterrentier nehmen. Alles andere ist schwach gegenüber. Das ist doch ein Mist. Knallhart fragt, ob wir Feuerlande gehen. Wir gehen noch in Feuerlande. Wir sind mitten im Dezember, im Winter. Und schneit es überall. Und schneit es überall. Nein. Nein. Ich... Ach. Der hat jetzt Grie nicht getroffen. Nein. Ja. Komm, 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 komm. Er wechselt aus. Das ist... Das ist das, was... Komm, ich bewerf dich jetzt mit Steebellen hier. LOL, warum darfst du zweimal? Weil du ausgetauscht hast. Ich bin ausgew componft... NEIN! Ah fuck, du kannst dich ja heilen! Ich mach dich so fertig. Jetzt tauscht es sich aus. Nee, du machst nicht 31 Schaden. Ausgewicht! Ausgewicht! Komm! 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 31! JA! Komm, 31! Du hast dich geheilt! Nein, nein, nein! Nice, tschüss! Nein! Alter, du bist ein Scheißlacker. Aber jetzt... Wo ist mein... Was ist jetzt los? Warte auf Gegner! Mach mal hin! Jetzt kommt meiner! Hier, meiner heilt sich jetzt hoch, du Pfeife! Gut, die zwei haben sich wieder vertragen, der Bomberdicks unterfing! Ja? Ja! Der Bomberdicks liebfing! Okay! Komm! Ich gewinn! Ich gewinn! Ich gewinn! Ich gewinn! Ich gewinn! Ich mach dich jetzt so platt, Morgz! Ohne Scheiß! Auf! Auf! Ja! Komm! Nein! Das war... Das war echt Fail von dir, ohne Witz! Das war echt ein richtiges Fail! Das war ein richtiges Fail von dir! Ja, Morgz! Das hast du verloren! Ich sehe das jetzt schon! Ich weich jetzt aus! Ja! Komm! Nein! Ja! Wieso darfst du zweimal, du Drechsack? Ja, Mann! Ich hab's drauf! Was soll der Scheiß? Ich hab's drauf! Bambadabadam! Ich hab wieder mal gewonnen! Jetzt darfst du wieder! Alter! Du bist so ein Huso! Du bist so ein Huso! Der 12. Dezember geht an mich! Also! Es steht jetzt 8 zu 4! Am 12. Dezember! Und ab morgen gibt es zwei Punkte! Hier, Fing! Nee, Bomberdicks! Jetzt hau den Morgz mal um! Der hat's verdient! Nein! Kill ihn! Äh, hier! Kill ihn! Bomberdicks! Barclay! Auf Barclay! Kill den Morgz! Auf Barclay! Kill den Morgz! Tschüss! Ja, schaut morgen wieder rein! Am 13. Dezember! Wenn es heißt... Morgz! Der Weihnachtsmann schreibt uns eine... Ich flieg vom Bomberdicks davor! Wenn der Weihnachtsmann uns eine goldene Nachricht schickt! Macht's gut und bye-bye! 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 ... ... ... ...